Ja, wir sind endlich in Altissia. Hat wie lange gedauert? Über 100 Folgen, glaube ich, ne? Halleluja. So, was machen wir denn als erstes? Wo haben wir das Geld zum Ausgeben für, äh, äh, Kokosnutella? Ne, ähm, was kann man da interagieren? Augengaumenschmäuse in Altissia. Auf dem Fischmarkt im Muskiya-Bezirk gibt es nicht nur die wunderschönen Seluna-Fälle zu bestaunen, sondern auch die köstlichsten Fische zu erstehen, die in der Aluro-See und im Zykilischen Meer gefangen werden können. Ich verstehe. Oh, wie sieht denn das jetzt hier aus mit der Karte? Aha. Aha. Die Karte ist riesenscheiße groß. Aha, okay. Gut, wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um, stellen fest, hopp, hier ist nix. Oh mein Gott. Sieht so aus, als wären wir hier dann jetzt auch nochmal so ein paar Stunden nur in Altissia. Ist doch noch eine Reisekontrolle? Der Passierschein allein reicht nicht aus. Na, Halleluja. Da müssen wir halt einreisen. Stehen bleiben! Weshalb reisen Sie ein? Also... Welterrschaft. Ignis vorschicken, Sid vorschicken. Äh, Sid. Sid, der meint dich. Hey, was fällt dir ein? Ähm, also wir wollen zu diesem Laden. Sie wissen schon, äh, Margo. Margo? Nie gehört. Ah, einer von der Sorte, was? Also, da wird dann der Vergnügungsabschlag fällig. Macht insgesamt... so viel. Wie stehe ich denn jetzt da, du? Und ein verschämter Bengel. Hm, drück wenigstens den Vergnügungsabschlag raus. Ah, schön. 3000 Gears abgenommen. Ja, ist okay. Vergnügungsabschlag. Also, Rot-Dichtbezirk, ja? Sehen Sie uns den Laden mal an? Klar, man sieht sich bei Margo. Vielleicht... schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Okay. Das Margo suchen. Daher mal umschauen, ja? Mehr los, als ich dachte. Ja, also hier ist echt... ne? Hier steppt der Bär in dieser Riesenstadt. Was haben wir denn da? Eine Blume sagt mehr als tausend Worte. Und zur Sicherheit können Sie ja eine Karte drin heften. Okay. Per Gondel durch die Stadt des Wassers. Altissia lässt sich am besten bei einer Gondelfahrt durch die zahlreichen Kanäle erkunden. Ob Listropark oder die Arena Galviano. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten werden direkt angefahren. Und die Aussicht von den erhöhten Wasserwegen ist einfach phänomenal. So, jetzt dasselbe nochmal zum Interagieren. Puh. Was ist denn das da hinten für ein Symbol? Ah, das ist hier, um die Wasserwege zu benutzen, ja? Okay. Na, wir schauen uns erst mal um. Was denn? Was für ein Stand. Da. Was für ein Essen. Das Margo, eine Oase der stillen, impulsierenden Altissia. Es gibt viele gute Restaurants in Altissia, doch selbst die Besten haben es schwer, sich mit Margo zu messen. Denn neben seiner traditionellen Küche hat der aus Insomnia stammende Besitzer auch einige abgewandelte Gerichte im Programm, die hervorragend zum hiesigen Wein passen. Das Café ist nur per Gondel zu erreichen und wird bevorzugt von Einheimischen frequentiert. Aha. Ah, nur mit Gondel. Okay. Ich weiß, wir können jetzt hier erstmal so ganz in Ruhe hier umgucken. Mal schauen, was haben wir denn hier und dort und überall? Piazzetta Sonnelio. Ja, nee, ist klar. Angeln ginge hier. Die Stadt ohne Wiederkehr. Weil hier so viel ist. Ein Silbermünze. Wir gucken erst mal, was gibt's denn hier? Merkt er was? Nee. Ach, ausruhen, ausruhen. Das ganze Schifffahrt hier zum Ausruhen. Das ist doch wahr. Soll ich mich mal nicht so anstellen, ne, Milchbubi? Ausruhen hier, ausruhen da, ausruhen hier und dort und überall. Das ist doch wahr. Im Krieg haben sie gewonnen. Wozu also noch mehr, Emi? Jetzt, wo du's sagst? Irgendwie unsinnig. Was ist denn das? Hm. Eine Band. Ich verstehe. Klar, Straßenbands müssen natürlich auch immer mal wieder sein. So, was haben wir hier denn noch so auf den Straßen von Altiss hier? Was ist denn das hier? Das ist doch eine von den Gondeln, aber mit denen kann ich wahrscheinlich fahren. Was ist das hier? Eine kaputte Mundharmonika. Brauche ich bestimmt für eine Quest. Da kann ich was kaufen. Da kann ich immer Geld ausgeben. Was ist hier? Zuhause auf den Straßen. Ja, ja. Ja, ja. Die Imperiale Armee bereitet derzeit die Entsendung eines größeren Luftschiff-Kontingents nach Altissia vor. Obwohl Kanzler Isunya und Oberkommandant Ravus erst vor kurzem auf einem Treffen mit Premierministerin Klaustra waren, wurden bisher keine Einzelheiten über die erfolgte Unterredung veröffentlicht. Die Ansprache der Kanadie soll jedoch wie geplant stattfinden. Okay. Guten Tag. Was gibt's denn hier? Heiltrinker und Gedöns. Riechsalz. Und Gedöns. Goldenadel. Wie viel kostet mich denn das nochmal? 4.000 noch? Warte, ja komm. Datier bitte auch. Dann kann ich da zumindest mal ein bisschen was gegenheilen, wenn ich mal wieder versteinert werde und so. Das ist ja immer verletzend. Achso, hat's denn noch was im Angebot? Äh, Final Fantasy Type No Hits. Kaufen wir. Habe ich zwar noch nicht gespielt, aber erstmal kaufen. Sticker kleiner Freund. Wo gehen wir jetzt denn? Ach du Scheiße. Okay. Ich kann hier so viel Geld loswerden, das ist unglaublich. So, hier auch nochmal. Zack. Was gibt's hier? Kaktumarmorfigur. Kann ich nicht kaufen. Aber. Ich könnte noch was verkaufen. Bestimmt. Ich habe so viel Wertgegenstände. Ähm. Braustete Münze. Die werden wir nicht brauchen. Vielen lieben Dank. Gehe ich mal einfach von aus. Genauso wie verrostetes mal Teilstück. Davon haben wir so viel. Weg damit. Was haben wir noch? Krabbenpanzer. Ja, weiß ich nicht. Drachen Schuppe. Genauso. Weiß ich nicht. Hm. Spindelhornschweif zum Beispiel. Könnte auch weg. Haben wir genug gesammelt eigentlich? Können wir zur Not halt nochmal neu sammeln? Ah. Sahagin Schuppe. Weg damit so ein Stückchen. Ja, komm. Alle weg. Sahagin zu töten ist ja nicht so das Schlimmste vom Schlimmsten. Riesenfüßlerbein. Weg damit. Wahrscheinlich könnte ich sogar alles verkaufen. Ich bin mir aber halt auch nicht so hundertprozentig sicher. So. Ich wollte jetzt noch die Marmorkaktur kaufen. Marmor. Nein. Kaktur. Marmorfigur. So. Kaufe. Vielen lieben Dank. Bis bald. Bis denne. Tschüss. Ist das ein Kaktur? Heb den gut auf. Wenn wir wieder zurück in Luzes sind, müssen wir in Talcat geben. Mhm. So und hier könnte ich das... Habt schon immer von einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Äh ja. Schon immer. Also eigentlich wirklich noch nie. Das war noch nie so wirklich mein... Wunsch. Kennt Jana? Wat? Wenn der erwählte König sich für kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Umber besitzt die Fähigkeit, dich in Erinnerung zurückzuversetzen. Du hättest die Möglichkeit beim Übernachten. Die Gruppe behält ihre aktuellen Statuswerte bei der Rückkehr in die Gegenwart. Kehren Micho-Gobos automatisch zum Verleih zurück und die Rückkehr zur letzten Unterkunft bringt dich zurück zu Umbra. Aha. Amulett der Emissäre. Äh, der 24 Emissäre. Aha. 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 Hast du schon gesagt? Aha. Aha. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ja, was liegt denn hier? Ein altes Buch. Er mal mitnehmen. Man weiß ja nicht, ob man das noch brauchen kann. Liegt da unten unter der Treppe noch was? Nö. Nö, 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 nö. Aber reicht ja auch. Kennt Jana ist jetzt noch weg. Hm. Ganz mysteriöse Frau. Was geht hier ab? Nix. Ist auch gut so. Was? Irgendwas war jetzt hier gerade? Da. Via Pazerna. Mhm. Tu mich auch. Die Stadt ist ja zum Glück nur unübersichtlich. Na, mit so vielen höheren Ebenen und alles. Und Halleluja. Da steht ja auch nur rum. Soll er mal machen. Noct. Sieh mal dort drüben. Was denn? Was gibt's? Da hat er irgendwas gefunden. War nicht alles einfach ohne dich, Gladio. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja? Wieso? Was hast du denn hier gefunden? Da. Wir haben ewig gebraucht, um Feuer zu machen. Ha. Warum hast du... Eine Götte mit einem Herz so weit wie die See möge Leviathan stets über Accordo wachen und seinen Bewohnern Glück und Frieden bescheren. Idolas Alda Karp Kaiser von Niflheim. Unglaublich, wie friedlich es hier zugeht. Ja. Dafür, dass es von Imperium quasi besetzt ist, ist das alles wirklich schon sehr, sehr merkwürdig. Hier hoch oben. Durch die Dinger. Prost Mahlzeit. Oh, komm. Ähm. Das wird in dem Park... Oh, was will ich da hin? Ich hab keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Immerhin sollen wir immer noch Smargo suchen. Oh, Mann. Hier ist aber auch so viel Wasser in dieser ganzen Stadt. So, so möchte ich in Halb-Venedig. Nur nicht mit Wasserober wegen. Ich meine, ich finde das cool. in gewisser Weise, ne? Aber... Parodas Mal im Venedig nach. Mal sehen, wie gut das klappt. Aber es hätte was. Wäre was Besonderes. Nur weiß ich halt nicht, wie weit sich das architektonisch dann irgendwie... zusammenstellen würde oder so. Ja, ich weiß, da steht ein Dreieck für überspringen. Aber ich gucke mir das halt so beim ersten Mal hier jede Fahrt hier so ein bisschen an. Man weiß ja nie, was man noch so verpassen könnte. Wenn man es einfach überspringt, das wäre ja, ne? Irgendwie nicht so. Also dann, bis zum nächsten Mal. Jo, bis denn ne? So, da könnte ich halt die Rückreise antreten. Ich hoffe, wir sind jetzt nochmal ein ganzes Stückchen weiter weg von den ganzen... ...Ortschaften, wo ich eigentlich hin will. Guten Tag. Boah, ist okay. Ich finde das super. Oh, ich finde das super. Fotospeichern eher bitte. Okay. Es sieht aus wie eine Stadt. Das ist melancholisch. Also, ne? Ich bin da halt falsch ansprechend. Hat noch für solche Dinge. Ja, ja. Was hast du denn schon wieder? Da hinten. Er schreit durch die halbe Stadt. Nockt, schau mal her. Was hast du denn da? Galigione-Eis im Listropark. Kenner wissen, unser Eis ist das Beste weit und breit. Doch Vorsicht, wer zu langsam schlägt, dem zerrinnt das Glück. Von Klassikern bis zur ausgefallenen Geschmacksrichtung bei 23 Sorten ist für jeden etwas dabei. Wie das wohl schmeckt? Gut. Doch, klar. Natürlich schmeckt das gut. Hallo? Hallo?